Du Scheiße. So, soll ich mal ne Begrüßung machen? Äh, ja, wieso nicht, ne? Ja, mach ich doch mal. Schickst du dich so an? Stirb einfach, blöde Kuh. Oh Gott, hier hat ein Dreiger, ja. Oh fuck, die hat mich entdeckt. Fuck, ich will keine Stratze benutzen. Oh, Scheiße. Ja, boing, boing an alle. Wir sind zurück bei... Ja, boing, boing? Boing, boing, boing. Boing. Wir sind zurück bei Seven Days to Die. Wir haben mal auf die 18.3 geupdatet. Und unsere Werkstatt haben wir auch geupdatet. Ja. Chemiestation, Schmiede, Bergbank und Betonmischer. Alles noch in einfacher Ausführung, aber kann nur besser werden, ne? Ne Sicherheit. Sonst was? Achja, ich hatte mir ein Bein gebrochen, herrlich. War ja was, ne? Mhm. Und wir brauchen... Ich nicht, ich hab Durst ohne Ende. Und Food. Und nicht viel besser. Das brauchen wir. Wollen wir ein Food locker? Ne, einfach nur ein normales Food. Achso. Ja, ich würde vorschlagen, es ist jetzt gleich drei. Ich glaube, ich würde fast direkt meine Taschen leer schmeißen. Ja, und dann abfahren, ne? Ja, schon wieder Tag 16, ne? Das ist jetzt störend. Ich bin letztes Mal auch noch dieser Schreitante begegnet. Äh, ja, es wird alles nicht besser. Schreitanten, diese komischen, nackten, rasierten Typen da. Ach die, ja. Alles nicht ganz so geil, wie man sich das vorstellt. Hast du übrigens die Aufnahme gestartet? Ja, vor drei Minuten 18 ungefähr. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ausnahmsweise hab ich mal dran gedacht. Passiert hier auch nicht immer. Gut. Ich, äh, mach hier mal Buddy Buddy. Und... Mein Manneken hat 92 Nahrung. Da sollte man dran arbeiten. Obwohl ich unsere Basis hier eigentlich mag. Ja, also ich find die Basis am Sichtiges. Mal zu. Finde ich auch gut. Hu! Aua! Ich wüsste auch... Na, jetzt waren jetzt der Zweifel da. Hu! Hu! Achso, ich hab ein Fahrrad mitgebracht. Das sollte ich vielleicht auf die Straße stellen. Oder hier. Fahrrad? Da hinten. Fahrrad? Da, auf geht's auf. Hey, hey! Hey! Hey, da läuft eine. Achso. Hast du mich grad umgefahren? Habe ich? Ja, hast du. Oh, gut. Hey! Ach, du kriegst... Oh, richtig arm! Der Arm ist weg! Erstmal einen Nacken, blöde Kuh. Ich glaub ich hab dein Fahrrad geklaut. Machen nix. Funktioniert genauso gut wie... Ich soll grad sagen. Meins hat er grad noch 98. Wo wollten wir jetzt hin? In die Stadt einfach, ne? Ja, ich glaube irgendwas... Wir wollen in größere Hütten rein, aber dafür wollten wir... erst Munition haben, haben wir glaub ich mal behauptet können sein. Hallöchen! Kann mal... Gucken wir hier, wem eine klatscht. Blöde... Kuh! Ich farme Eisen... den ganzen Tag. Ich farme Eisen, so viel ich mag. Ah, hier ist Eisen ohne Ende. Da greifst du mir grad das Hengrin nach unten. Vielleicht. Okay. Uh, da kommt einer. Zweimal die Axt in der Schnauze, dann ist er kaputt. Äh, die Klappe! Oh, ich hab irgendwen geweckt. Oh mein! Der arme. Oh! Vielleicht bin ich doch eher der arme. Oh, die Pistole hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Irgendwie ist sie leer. Oh, schade. Ich hab gesagt, du hast noch Schuss dafür. Dachte ich auch. Ne, fürs Jagdgewerb hab ich auf jeden Fall noch welche. Ach so. Da zum Fenster? Guck der raus. Ha? Durch das halb zerstörte Fenster kann man auf jeden Fall schießen. Aber ich glaub das ging vorher schon, ne? Ja. Ich glaub das ging. Kommt ja glaub ich drauf an, womit. Ja gut, das kann vielleicht auch sein. Nix, kannst du hier in Ruhe abbauen. Ach, da kommt er. Hey Bobby, was geht? Au, mein Fettig! Junge! Shit! Erwaged! Wenn's dir zu viel wird, fall ins Loch. Ja, ich bin... Das Problem, dass ich fast am Verbluten bin. Es könnte sein, dass ich verblute. Ich hab Verband. Also komm ins Loch. Ich nicht. Komm schon wieder einer. Okay, ich muss jetzt eh aufhören. Yo! Versteckt er sich in der... Rauchwolke? Alter, ich hab mega Knast. Ja, ich auch. Gab's nicht irgendwo einen Essensladen? Also ich bin rot. Ja, dann müssen wir uns was zu essen besorgen. Komm schnell! Hunger! Hunger! Wir haben Hunger, 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 Hunger. Fahr schneller! Smoked Rips hier, rechts. Ja. In der Butzbar. Da gibt's bestimmt was zu essen. Da waren wir anscheinend auch nicht drin, weil die Tür zu ist. ja ich hoffe wir haben auch ein paar smoke grips wo seid ihr wixer ich glaube wir fahren wir noch ein paar aus dem deckel kann das so sein schönen kopf weggeboxt ich bin in den boden gefallen kommen wir gehen in die küche und gucken mal wieder so rumläuft da kriegt einer hallo so was rezept da kommt so hey maniert mich ich blute schon wieder das gibt es auch nicht und weil wir hier drin ja na ja poppin pilz ich glaube in dem waren wir das klingt nach schweine oder sowas das klingt lecker auf zu badscherpitz ja ich kann jetzt lautsprecher bauen zwei reparatursätze ich kann meine axt reparieren kommt das schon mehr oder was hinter die jungen die hast du beide seiten wo sind deine kniescheiben hin junge andere seite weitermachen die bockse ich gleichzeitig gewand er steht wieder wo ist der kopf das war doch ein technischer ko da können sie mir erzählen was sie wollen ja wieso komme ich hier nicht rein jetzt bin ich dran oh shimway foods super supermarkt hier fallen die wichser bestimmt aus der decke und kommen aus den kühlschränken und noch eine ein pilz pilz und juckersaft die alter ich habe keinen bock auf die jungen sehr schön shit geier geier wo bist du denn verschissen harsch geier erdorp oh man oh noch ein geier ich habe mir eine spitzhacke erstmal die blödheit aus dem schädel geämmert sehr gut blöder wichser wo bist denn du ich bin durch das ich bin hochgegangen wo kann man denn hochgehen ach da hinten ich bin einfach zur erstbesten Tür raus äh fenster entschuldigung wo fallen die schon wieder aus der decke oder was ne die sind dumm das ist ja nichts neues Junge benehmt euch ich habe meine axt gerade repariert ihr findst du munition und saubern statt irgendwas zu essen ähm ja wartest du gleich hier weil verhungerst du gerade oder was ich verhunger gerade ja ich habe noch sechs Leben kann ich wohl machen ich scrape das alles weg die temperat die klingen mod behalte ich die munition aber wo zur hölle kloppen die denn ach du schande kein food bei dem ganzen chamway wo kommst du denn her du kleiner Bastard ja genau ich gehe mal hier aufs dach kommst du mit wo ich es ach da ja Alter nachher nachher noch fragen vielleicht sollten wir uns da mal vielleicht sollten wir uns da mal vorstellen wir klopfen vorne mal an glaube ich der höflichkeit halber oder ich weiß gar nicht ob wir da schon wirklich drin waren da ist auch noch mal ein poppin pilz und ein chamway ne hier ist noch zu hier waren wir noch nicht geil oh nitratpulver ich habe schon wieder so viel scheiß in der tasche ja mach auf sehr schön weiter ne kann man immer noch nicht durchschießen oder jetzt nö guten tag ihr kleinen wichsers wir sind zum aufräumen da brauchen wir irgendwo für dolaris was ist dolaris achso ich kenne nur dolores aber das ist eine andere ne hier waren wir noch nicht ne hä hier faucht wieder alles moin wo kommt das her ich wollte sagen dass wir hier der tanzraum der schande das ist wo nachher ja klar ja aber dieser raum hier war das nicht nein der raum war das nicht das kommt hinten glaube ich irgendwo das ist genau das gebäude wo wir schon mal drin waren weil hier alles noch ungetatscht ist ja hier unten ist auch leer oder waren wir nicht überall blöde kuh manni du musst mir helfen wo bist du draußen warum ich habe eine quest gestartet töte ein paar männliche zorn ist ganz draußen oder wie ja ich bin vorm haus auf dem hof muss ich dahin laufen das ist ausrufezeichen ne ja gut dann sollten wir unsere fahrräder suchen hier da vielleicht mal hinfahren schon gutes mauchenweich muss ich sagen ja kommst du die berge gut mit hoch da wo die quest anfängt oder anfangen könnte kommst du morgen mal die monatoren achte soll ich mal oder was eigentlich immer mit ist tot wo stand er plötzlich hinter mir schmiedchen schleicher hier oder erhaltene wo sich das jetzt erics staff erics staff müssen wir da rein richtig mountainbike simulator das ist so klein da müssen wir rein was ich reint es gut hat schon das ist offen bis zu hause erik ist nicht zu hause erik hat auch keine versteckten kisten da oben deswegen sind wir angehalten doch nicht übersehen nein das kaputt gehauen quasi home sweet home würfel hier fünf meter vor haustür was gibt es denn hier schönes das klingt als wenn wir das haben wollen was denn es klingt einfach ausgefallen was schafft die denn so wer denn was denn eine suppe ich mach uns ein süppchen schönes süppchen kochen süppchen kochen dann machen wir noch ein bisschen immer speck mit eiern kriegen mal hin also fleisch nee aber ist in der unteren kiste nicht nur ohne ende nein echt die ist leer also sechs stück habe ich noch da kriegst du einmal was zu essen raus oh shit hat denn die hat ein paar kollegen geholt die scheiß tür auf ich will mitmachen vorne oder wo wo ist denn vorne überhaupt das sollten wir nochmal definieren ja da unten ist ein hund oh gott da ist noch einer da ist irgendwo ein hund und irgendwo ist noch eine schreitante wo ist die da wo ist da wo ist da hier da oh man die rahmen müssen wir noch ersetzen blöde kuh wo noch ein hund bitte verlassen sie unser haus vielen dank niemand hat sie gebeten hier vorbeizukommen er lebt noch denkst du gerade ist alles entspannt hier kommt noch eine dicke angelaufen und ein paar andere buddies das ist noch mehr oder ach so da war noch nicht gut ich hoffe nicht ich habe nur zwei schusses jagdgewehr oh man jetzt muss dann hier sogar während keine welle ist wellen bekämpfen ja also das war eine weitere runde zum date ich habe ja gesehen was so passiert ist und einiges auf uns zu oh ja wenn es euch gefallen hat like da Däumchen hoch wenn ich lasst uns ruhig wissen und ja bis zum nächsten mal tschüss tschüss akkor da ö da oder da ein da 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 Untertitelung des ZDF, 2020